Nach dem Essen – es war schon lange dunkel – hat die Beleuchtung des Zelts auf ein sanftes Pink gewechselt, also somit Club-Atmosphäre, und man ist zum gemütlichen Teil übergegangen. Natürlich hatte die Regula vorher eine kleine Rede über ihren Lebensweg, ihren großen Verlust und ihre weiteren Pläne gehalten. Wie alle reden, hat auch diese mit »So, liebe Gäste« angefangen. Warum haben alle Ansprachen in Bayern so angefangen? Warum nicht »Meine lieben Gäste« oder »Nur, liebe Gäste«? Nein, das »So« hat immer dabei sein müssen. Der Sanktus war wieder einmal von Regulas Schauspielkunst begeistert, weil die trauernde Witwe, die sie erneut mit Bravour gegeben hat, war absolut authentisch. Kein Schmarrn, weil sogar Tränen im Publikum geflossen sind. Und wie hat es anders kommen können, dass »So, liebe Gäste«, hatte es ja angedeutet, hat ein Alleinunterhalter mit Keyboard und Akkordeon das Zelt betreten und zum Aufspielen angefangen. »Ich wünsch mir Tolpen aus Amsterdam«, hat die Tante Wilhelmine geplärrt und einen Fünf-Euro-Schein in die Höhe gehalten. Wahrscheinlich war sie bereits bei ihrem zehnten Kognak von den Rotweinhumpen, die sie in sich hineingebechert hat, ganz zu schweigen. Der Sanktus hat sich wegdrehen müssen. Die Security-Serben sind draußen vor dem Zelt gestanden und haben in der inzwischen kalten Abendluft eine nach der anderen geraucht. Das Bedienungsquartett ist immer noch auf Hochtouren gelaufen, weil der Durst anscheinend immens. Der Akkordeonspieler hat nun den typischen Tarararara-Auftakt der Oberkreiner verlauten lassen und schon ist's mit Volks- und volkstümlicher Musik in die erste Stufe des Abends hineingegangen. Und wenn du glaubst, es wird nicht mehr schlimmer, dann liegst du falsch, weil jetzt ist die Stunde der Hyperaktiven gekommen. Sprich, alle Vereinsmädels haben unbedingt etwas Lustiges zum Geburtstag aufführen müssen. Der Sanktus hat sich in die früheren Familienfeste erinnert gefühlt, bei denen Klopapiertorten mit Gedichten umrandet verschenkt wurden. Die Tante Mary hatte bei Männergeburtstagen immer ihren Auftritt als verlassene Liebschaft mit Hornbrille, Pelzmantel, Altweiberhut und der Sanktus hatte mit seinen Cousins einmal die Glocken von Rom nur mit Unterhose einer Pfanne, Kochlöffel, Hut und Trenchcoat bekleidet aufgeführt. Das, wenn du nicht kennst, Google macht's möglich. Und du wirst es nicht glauben. Das schlimmste Spiel aller Zeiten ist nun, nachdem der Kirchenchor Regolas Leben in selbst gedichteten Zeilen auf die Melodie vom Jäger aus Chorpfalz zum Besten gegeben hatte, annonciert worden. Das Tanzspiel. Und zwar von den Weight Watchers Mädels, die alle über 80 Kilo ihr Eigen genannt haben. Alle Gäste haben zwei Karten ziehen müssen, auf denen Tiere vermerkt waren. Das eine Tier warst du selbst, mit dem anderen Tier hast du tanzen müssen. Dann dichteten die Mädels eine an den Haaren herbeigezogene Geschichte mit einem noch viel schlimmeren Versmaß und die beiden genannten Tiere haben miteinander tanzen müssen. Einfach nur furchtbar. Aber alle Gäste, selbst die Hochwohlgeborenen, haben mitgemacht und das Gelächter rundherum war riesengroß.